zu beethovens geburtstag heinrich heine 1841 list hat bereits zwei konzerte gegeben worin er gegen allen gebrauch ohne mitwirkung anderer künstler ganz allein spielte er bereitet jetzt ein drittes konzert zum besten des monuments von beethoven vor dieser komponist muss in der tat dem geschmack eines list am meisten zusagen namentlich beethoven treibt spiritualistische kunst bis zu jener tönenden agonie der erscheinungswelt bis zu jener vernichtung der natur die mich mit einem grauen erfüllt das ich nicht verhehlen mag obgleich meine freunde darüber den kopf schütteln für mich ist es ein sehr bedeutungsvoller umstand dass beethoven am ende seiner tage taub ward und sogar die unsichtbare tonwelt keine klingende realität mehr für ihn hatte seine töne waren nur noch erinnerungen eines tons gespenster verschollener klänge und seine letzten produktionen tragen an der stirne ein unheimliches toten mal dr henry reeve mitarbeiter des edinburgh review im jahre 1805 ich ging ins zwiedener theater in die neue opel fidelio musik von beethoven die geschichte und der plan dieses stück ist ein trauriges gemisch von schlechten handlungen und romantischen situationen die arjen duette und chöre verdienen jedes lob die verschiedenen overtüren denn es ist zu jedem akt eine overtüre vorhanden scheinen zu künstlich gearbeitet zu sein um allgemein zu gefallen namentlich wenn man sie zum ersten mal hört verwicklung und schwierigkeit ist der charakter der beethoven musik und es erfordert ein sehr geübtes ohr oder eine häufige wiederholung desselben stück um seine schönheiten zu verstehen und zu schätzen dies ist die erste oper welche er überhaupt komponiert hat und sie wurde stark applaudiert exemplare eines lobgedichtes wurden zu ende des stücks von der obersten galerie herabgestreut beethoven saß im klavier und dirigierte die aufführung selbst er ist eine kleine dunkle noch jung aussehende mann trägt eine brille und sieht herrn könig ähnlich nur wenig zuhörer waren anwesend der freimütige 1805 man hat in den letzten zeiten wenig neues von bedeutung gegeben eine neue beethoven schooper fidelio oder die eheliche liebe gefiel nicht sie wurde nur einige male aufgeführt und blieb gleich nach der ersten vorstellung ganz leer auch die musik ist weit unter den erwartungen wozu sich kenner und liebhaber berechtigt glaubten die melodie sowohl als die charakteristik vermissen so gesucht auch manches darin ist doch jenen glücklichen treffenden unwiderstehlichen ausdruck der leidenschaft der uns in mozartschen und cherubinischen werken so unwiderstehlich ergreift die musik hat hübsche stell aber sie ist sehr weit entfernt ein vollkommenes ja auch ein gelungenes werk zu sein der text von sonnleitner übersetzt besteht aus einer befreiungsgeschichte der gleichen seit cherubinis de journée in mode gekommen sind zeitung für die elegante welt 1806 beethoven's ober fidelio erschien neu umgearbeitet im theater an der wien die umarbeitung besteht in der zusammenziehung dreier in zwei akte es ist unbegreiflich wie sich der kompositeur entschließen konnte dieses gehaltlose machwerk sonnleitners mit der schönen musik beleben zu wollen und daher konnte der effekt des ganzen unmöglich von der art sein als sich der tonkünstler wohl versprochen haben mochte da die sinnlosigkeit der rezitierenden stellen den schönen eindruck der abgesungenen ganz oder doch größten teils verwischte es fehlt herrn beethoven gewiss nicht an hoher ästhetischer im einsicht in seine kunst da er die in den behandelten worten liegende empfindung vortrefflich auszudrücken versteht aber die fähigkeit zur übersicht und beurteilung des textes in hinsicht auf den totaleffekt scheint ihm ganz zu fehlen vorzüglich gefallen das erste duett und die zwei quartetten die overtüren hingegen miss fällt wegen der unaufhörlichen dissonanzen und des überladenen geschwirres der geigen fast durchgehens und ist mehr eine künstelei als wahre kunst bis zum nächsten mal